Herzlich willkommen zum ersten Werkstattgespräch bei Geresheimer im Rahmen des IIP Ecosphere Projekts. Wir wollen Ihnen heute im Rahmen des Werkstattgesprächs einen Einblick zum Thema KI in der Spritzenglasfertigung geben und wie KI zur Prozessstabilisierung im Rahmen der pharmazeutischen Produktion genutzt werden kann. Mein Name ist Christoph Kellermann und ich werde Sie hier durch diese Veranstaltung führen. Hier bei Geresheimer bin ich in der Medical Device Systems Division, der Abteilungsleiter für Automation Systems hier am Standort Bünde und insbesondere das Thema Digitalisierung für unsere eigenen Anlagen wird hier in Bünde maßgeblich entwickelt. Wir werden Ihnen heute nach einer kurzen Einführung mit der Vorstellung des IIP Projektes und der Vorstellung des Geresheimer Konzerns, insbesondere hier des Standorts Bünde, die Spritzenglasfertigung zeigen, unsere neueste Anlagengeneration, als auch werden wir mit Sie auf die Reise nehmen, wie wir die letzten Jahre hier bei Geresheimer KI eingeführt haben und im weiteren Detail, wie wir KI-basierte Lösungen hier in dem Umfeld Geresheimer entwickelt haben. Während der kompletten Veranstaltung können Sie über das Slido-Tool Fragen über den Chat stellen und wir haben dazu zwei Q&A-Sessions, wo wir dann hier versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. In der Mitte der Veranstaltung werden wir dann eine 15-minütige Pause haben und dann in den Praxisbeispiel KI eintauchen, wo wir sehr dezidiert darauf eingehen werden, was wir hier die letzten zwei, zweieinhalb Jahre entwickelt haben. Punkt acht ist dann der digitale Zwilling, um zu zeigen, wie wir den digitalen Zwilling zur Prozessstabilisierung im Glasform-Prozess nutzen. Auch hier gibt es dann eine zweite Q&A-Session, wo Sie dann detaillierte Fragen stellen können. Abschließend möchten wir unsere Veranstaltung mit einem Expertengespräch. Was sagen Experten zum Thema KI in der Produktion unter der Moderation von Professor Ostermann? Zunächst möchte ich Ihnen einmal das IIP-Ecosphere-Projekt vorstellen, das von dem BMWi gefördert wird. IIP-Ecosphere-Projekt ist im Rahmen des KI-Innovationsprojektes entstanden, das zum Ziel hat, ein öffentliches Ökosystem auf der einen Seite zu erzeugen, aber auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und KI-Innovationen im Mittelstand und in den Konzern zu platzieren. Die IoT-Plattform wird dazu nach folgendem Konzept entwickelt. Im inneren Kern haben wir die Thinktanks, die zur Aufgabe haben, die Forschung, Forschungsthemen zu bearbeiten und in die äußeren Kerne zu verteilen. Im Easy-Tech-Bereich haben wir Unternehmen, die auf der linken Seite dargestellt sind, wie Geresheimer, Siemens, Sennheiser, Gildemeister und VW. Die ersten vier genannten stellen auch die Demonstratoren, auf die ich nochmal später eingehen werde. Die äußere Kern ist der Dialog- und Transferkern, wo weitere Unternehmen mit involviert werden und Best Practice im Bereich KI dargestellt werden. Zu den Demonstratoren. Geresheimer ist einer der vier Demonstratoren, der aus dem Bereich, aus dem direkten Bereich, Produktion mit KI-Prozess optimieren möchte. Hier haben wir die Aufgabe, die Prozessstabilität der Glasformung zu optimieren. Der zweite Demonstrator ist bei Sennheiser gelagert. Hier möchte man eine autonome Prüfung von Platinen in einem Test-Setup kreieren, in dem Anomalien und Probleme automatisch mit KI erkannt werden. Bei Gildemeister gilt es, eine Lösung zu entwickeln, die Überwachung und Parameter von Welz-Prozessen kontrolliert. Im vierten Demonstrator, VW-Nutzfahrzeuge, geht es im ersten Schritt um die Optimierung von Taktzeitproblemen, in denen quasi mit KI der bessere interlogistische Austausch stattfinden soll. Nun zur Vorstellung des Geresheimer Konzerns. Wenzel Nowak aus der Geresheimer Business Unit Medical Device Systems in der Funktion als Global Senior Product Development Leiter wird Ihnen hier unser Produktportfolio als auch die Produktkonfiguration am näher bringen. Danke, Wenzel. Vielen Dank, Christoph. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen ein bisschen das Produktportfolio heute darstellen können. Vielen Dank für die Vorstellung, Christoph. Ich bin seit 25 Jahren im Bereich Pharmaverpackung und Maschinen tätig. Und von daher ist die Qualität uns natürlich ein sehr, sehr großes Anliegen. Und hier bin ich sehr gespannt, inwieweit künstliche Intelligenz uns weiterhelfen kann, um die Fehlerrate etwas herunterzubringen. In dem Zusammenhang möchte ich Ihnen ganz kurz erstmal erklären, wer ist Gersheimer überhaupt? Wir sind aus unserer Auffassung der größte Industriekonzern der Verpackung in der Pharmaindustrie, aber auch in der Healthcare- oder Kosmetikindustrie anbietet. Das heißt, wir haben etwa 85 Prozent unseres Umsatzes im Pharma-Bereich und hier auch, jetzt muss ich natürlich sagen, das Bild ist sehr klein, ich hoffe, ich kann es lesen, aber gut über 50 Prozent in Europa, USA, aber auch Rest der Welt. Das heißt, insgesamt bringen wir über 15 Milliarden Produkte jedes Jahr in die Welt. Ich denke, jeder von Ihnen hat schon ein Produkt von uns in der Hand gehabt, auch wenn Sie vielleicht nicht Gersheimer darauf gelesen haben. Wenn Sie zum Beispiel einen Impfstoff bekommen haben, gerade auch wieder sehr populär im Rahmen Covid, ist da eine sehr große Chance, dass eine Spritze hier aus unserem Stammwerk in Bünde dabei war. Das heißt, an der Menge sind wir die Nummer eins hier in diesem Bereich, was wir anbieten. Wir haben über 1.500 Kunden, davon alle zehn Top-Kunden in der Pharmaindustrie. Wir verkaufen in über mehr als 100 verschiedene Länder über alle fünf Kontinente hinweg. Was verkaufen wir? Packmittel. Hört sich erstmal ganz primitiv an. Also Spritzen zum Beispiel, die bereits mit Medikamenten versehen dann zu Ihnen kommen, wobei wir die Spritzen nur leer anbieten. Kunststoffflaschen oder auch Pillendosen, wie sie zum Beispiel in den USA sehr populär sind. Glasflaschen, also größere Gebinde, aber Kosmetik, vielleicht für die Damen auch interessant. Kleiner Tipp, kaufen Sie nie nach Füllspiegel, kaufen Sie immer das mit dem dünsten Boden, kriegen Sie am meisten für Ihr Geld. Injektionsflaschen, kleine, also ich sage mal 30, 50 ml, 2 ml Ampullen. Das kennen Sie vielleicht, wo das Medikament, früher man hat es angeritzt, abgebrochen und so dann mit der Spritze aufgezogen. Aber auch Inhalers, sogenannte Medical Devices oder Autoinjektoren, kommen aus unserem Haus. Und Cartridges, wenn Sie schon mal beim Zahnarzt fahren und so ein Weichei wie ich, der dann eine Spritze möchte, weil es ja sonst weh tut, dann hat er in der Regel so eine Cartridge hier in einer Metallspritze. Aber heute wollen wir uns auf das Thema Spritzen fokussieren, weil das ist der Hauptbereich, den wir hier in Bünde herstellen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Produkte, und zwar das eine sind Glasspritzen als Balk, das heißt, die werden hier gefertigt, gehen dreckig zum Pharmazeuten, im wahrsten Sinne, so wie es halt von der Anlage fallen, und werden dann beim Pharmazeuten gereinigt, sterilisiert, bevor sie befüllt werden. Das heißt, hier ist noch viel Nacharbeit notwendig. Oder ein Prozess, den wir hier vor knapp 20 Jahren eingeführt haben, sogenannte Ready-to-Fill, Ready-to-Use Spritzen. Das heißt, hier sind die Spritzen bereits vorgefüllt, sind bei uns gereinigt und sterilisiert und gehen so direkt zum Abfüller. Daneben, neben den Glasprodukten, haben wir auch Kunststoffspritzen, wobei Sie werden hier bei uns im Haus keine Polypropylenspritzen finden, was Sie vielleicht gerade jetzt aus der mRNA-Vaccination kennen, wo dann der Arzt eben eine kurze Kunststoffspritze aufzieht und sie ihn dann gibt, sondern das sind bei uns hochwertige Kunststoffe, Zyklik-Olefin-Polymere oder Co-Polymere, wo wir die entsprechende Qualität gewährleisten können, auch über eine längere Lagerung. Cartridges, dann auch nochmal ein System aus Glas. Was ist denn ein Primärpackmittel? Es ist erstmal ein Packmittel, was in den direkten Kontakt mit dem Produkt, mit dem Medikament selbst kommt. Das heißt, es ist jetzt nicht der Blister, es ist jetzt nicht die Kartonage außen, sondern wirklich wo das Medikament drin ist. Es muss dazu geeignet sein, hier auch über lange Zeit entsprechend die Qualität aufrechtzuerhalten. Thema Permeabilität zum Beispiel, was kann durch die Glas, durch die Kunststoffschicht hindurch diffundieren und hier das Produkt verändern. Man spricht hier zum Beispiel, wenn Sauerstoff reinkommt über pH-Verschiebungen und hier muss eben das Produkt die Garantie geben, dass das Produkt auch über Jahre hinweg lagerbar ist. Wir haben vorhin kurz gesagt Glas, COP, Polypropylen. Welches Material ist denn am meisten vertreten bei uns? Glas ist ganz klar der Standard, weil es eben dicht ist, es ist nicht permeabel, es ist absolut bekannt. Manchmal hört man den Satz, the devil we know, weil über 100 Jahre wird das bereits eingesetzt. Das bedeutet, dass die Glaseigenschaften, auch wenn sie zum Beispiel interagieren mit den Produkten, zumindest bekannt sind und man kann sich darauf einstellen. Bei Polypropylen ist es so, hier pfeift der Wind durch, ist so das typische Schlagwort. Das heißt, über lange Zeit würde hier tatsächlich Wasser heraus diffundieren. Das können Sie messen, das können Sie wiegen. Es ist also nur geeignet für eine kurzfristige Applikation. Der Arzt zieht auf, der Arzt appliziert und dann ist die Spritze zum Wegwerfen. Während die Glasspritze hier wird das befüllt und lagert durchaus mal drei Jahre, bevor es tatsächlich zu Ihnen in den Arm oder wo auch immer appliziert wird. COP, COC hat ähnliche Eigenschaften wie Glas, vielleicht nicht ganz so impermeabel, aber es ist relativ gasdicht. Es ist transparent. Warum transparent? Jedes Packmittel in unserer Industrie muss zu 100 Prozent visuell inspiziert werden. Das heißt, hier wird geschaut, ob irgendwelche Verunreinigungen, Partikel da sind. Jede Spritze ist absolut einmal angeschaut, automatisch. Auch hier denke ich KI, durchaus ein Thema. Oder manuell, hier sitzen tatsächlich Leute, haben die Spritze für etwa fünf Sekunden von schwarz-weißem Hintergrund und versuchen, Fehler zu erkennen. Da hoffe ich auf Sie, dass wir das in Zukunft vielleicht etwas besser hinbekommen. Was sind denn Qualität-Eigenschaften, die wir hier nachvollziehen wollen? Hier sehen Sie ein wirklich großes Bild der ganzen Komponenten. Wir haben nicht nur den Glas- oder Kunststoffkörper mit dem Konus oben, mit der sogenannten Schulter, wo wir dann in den Glaskörper übergehen und der Fingerauflage. Wir haben auch noch Verschlussteile aus Rubber, also aus Gummiformulierungen, speziellen Gummiformulierungen, die bestimmte Eigenschaften haben, die eben vorne die Kanüle oder auch den Konus verschließen. Wir haben hinten den Stopfen, der den anderen Verschluss macht und dazwischen das Medikament. Und Sie sehen hier ganz viele Einflussgrößen, die auf die Qualität des Produktes hinterher Einfluss nehmen. Das eine ist die sogenannte Container Closure Integrity. Das heißt, es muss erst mal dicht sein, es darf nichts rauskommen. Die Dosis, die Sie abgeben, muss entsprechend dem, was der Arzt abgeben möchte, auch entsprechen. Das Produkt muss über lange Zeit stabil, ohne Veränderungen da drin gelagt werden. Das sind dann sogenannte Studies, die dann hier über bis zu drei Jahre dauern. Und es muss natürlich auch die Funktionalität gegeben werden. Sie müssen es runterdrücken können, ohne dass jetzt hier besonders hohe Kräfte gegeben sind. Wenn Sie zum Beispiel an Ophthalmic denken, Sie haben eine Spritze, die ins Auge appliziert wird, macht keinen Spaß, wenn der Arzt dann entsprechend drücken muss, weil er nicht ins, weil die Spritze etwas klemmt. Also diese Eigenschaften müssen wir alle berücksichtigen. Wenn man sich eine Spritze anschaut, ist es eigentlich ein Baukasten. Wir fangen immer mit einem Konus an. Das heißt, hier gibt es den Lyre-Konus. Sechs Prozent Steigung von der Madame Lyre vor etwa 100 Jahren eingeführt, hat sich bis heute bewährt. Mit einem Lyre-Lock, Lyre-Konus oder auch für eine Staked-in-Yidle, wo also eine Kanüle fixiert ist. Wir haben verschiedene Längen, wir haben verschiedene Durchmesser. Wir haben innen zum Beispiel Silikon, um die Gleitkräfte zu reduzieren. Außen können wir eine Bedruckung haben oder eine Markierung, Half-Dose Marks zum Beispiel für Kinder. Und wir haben verschiedene Fingerauflagen, groß, klein, geschnitten. Und alle diese Faktoren ergeben dann ein Spritzenformat, das wir dem Kunden entsprechende Spezifikation anbieten. Wenn wir uns das anschauen, wäre das schön, wenn es jedes Mal sofort funktionieren würde. Was hier im letzten Slide zu sehen ist, ist einfach von einem Tag die Fehlerauswertung, die wir an einer Produktionsanlage hatten. Das heißt, vielleicht nicht die beste Anlage, die wir hier haben, 23 Prozent Ausschuss. Warum? Hauptfehler Kratzer, kosmetische Beschädigungen. Da kann man sich darüber streiten, wie relevant es ist. Aber Sie wollen kein teures Produkt haben, wo Sie hinterher Kratzer drauf haben. Partikel für Unreinigungen. Das heißt, von 100 Spritzen haben wir 23 weggeschmissen. Ist natürlich ein riesen, immenser Aufwand, den wir gerne vermeiden würden, indem wir a Fehler schneller erkennen und auch im Rückfluss dann wieder auf die entsprechenden Fehler reagieren können, bevor eigentlich der Ausschuss passiert. Bei den Applikationsbeispielen ein Grundverständnis von dem Fertigungsprozess haben müssen. Dazu habe ich zwei Filme mitgebracht. Der eine zeigt unsere neueste Anlagengeneration, wobei hier allerdings nur den Schlüsselprozess der Konus- und Fingerauflagenfertigung. Sie müssen sich das so vorstellen. Wir bekommen bei uns Glasrohren angeliefert, die automatisch depallettiert werden und auf die entsprechende Ziellänge wird das Glasrohr dann zurecht geschnitten. Anschließend wird der Konus, also die Spitze der Spritze, aufgenommen und geformt in einem mehrstufigen Prozess und dann die Fingerauflagen. Und das sehen wir jetzt hier in dem ersten Video. Die Spritze wird partiell, oder das Glasrohren wird partiell erhitzt mit Methan und dann mit Stahlformrollen in Form gebracht und immer wieder erhitzt und geformt. Bis wir nach einem mehrstufigen Prozess einen finalen Konus mit der entsprechenden Konfiguration, wie der Wenzel Nowak vorhin erzählt hat, fertigen. Natürlich wird dann auch jede Spritze zu 100 Prozent geometrisch als auch kosmetisch inspiziert, damit wir auch eine entsprechend hohe Qualität dem Kunden ausliefern können. Hier sehen wir aktuell die Produktion der Fingerauflage. Prozess ist sehr ähnlich. Hier sehen wir jetzt gerade mal unser Inline-Inspektionssystem, wo zum Beispiel die Fingerauflage und der Körper vermessen wird. Genau, hier sind wir noch mal eine Detailansicht, zuletzt von einer Körperinspektion. Dann werden wir auch in den Praxisbeispielen im zweiten Teil auf einen Fertigungssystem, der eine Druckskala oder einen Dosemarkstrich auf die Spritze aufbringt. Da nutzen wir ein Rackelsiebverfahren. Sie sehen oben in der, ich starte noch mal das Video, Sie sehen oben in dem Bild einmal eine Farbschicht, in der quasi die Farbe und das Klischee darunter liegt und das Negativ dann auf die Spritze aufgebracht wird. Ich versuche noch mal das Video einzublenden. Das ist irgendwie sehr kurz. Hier sehen wir es noch mal. Von unten, unten links sehen wir einmal dann noch mal, wie die Spritze hoch gedrückt wird und gegen das Klischee gedrückt wird. Können Sie es noch einmal bitte einblenden? Danke. So, wie haben wir den Einstieg in Künstliche Intelligenz geschafft? Zum einen mit dem Forschungsprojekt IIIP. Allerdings haben wir davor schon einige Grundzüge an KI-Applikationen hier im Hause gehabt, beziehungsweise über das Forschungsprojekt noch weiter ausgebaut. Wir sammeln schon seit circa acht Jahren an unseren Spritzenlinien Daten und konnten damit auf einer sehr guten Basis starten. Zunächst möchte ich Ihnen aber eine kurze Einführung geben, was KI überhaupt bedeutet, weil wir einen ganz unterschiedlichen Teilnehmerkreis sicherlich heute hier haben werden. Künstliche Intelligenz kann man vergleichen mit der menschlichen Denkleistung. Deswegen habe ich hier mal den Menschen als auch die Künstliche Intelligenz gegenübergestellt. Auf der einen Seite brauche ich irgendwie Sensorik. Das ist zum Beispiel Tasten, Sehen, Hören bei Menschen. Dann kognitive Fähigkeit, um zum Beispiel dann einen Ausblick oder eine Entscheidung zu geben. Vergleichbar mit neuronalen Netzen sind hier die Daten, die von Sensorik geliefert werden oder auch von Kameras geliefert werden. Das neuronale Netz kann dann, oder neuronale Netzstrukturen können dann Merkmale extrahieren und Entscheidungen oder auch Trends indizieren. Vor einigen Jahren habe ich einen sehr interessanten Vortrag zum Thema KI gehört und habe da diese Abbildung mitgenommen, weil sie eigentlich sehr schön beschreibt, wie strategisch man an KI herangehen kann. Und so haben wir auch diese Präsentation aufgebaut. Zuerst brauchen wir erstmal ein Business-Modell mit Zahlen und Fakten, mit denen ich letztendlich CEOs überzeugen kann. Die zweite Schicht ist letztendlich, dass ein System immer nur so gut ist wie seine Bediener. Das heißt, ich muss aber auch irgendwie versuchen, den Operator davon zu überzeugen, dass dieses System absolut sinnvoll ist und auch ihn unterstützt. Auf der dritten Ebene brauchen wir ein Frontend, was die KI erklärt. Also wie ist die KI rational zu diesen Entscheidungen kommen? Und das ist eines der größten Schwierigkeiten, die wir im Umfeld von KI eigentlich haben. Ich denke sicherlich, hier werden wir im Laufe der Präsentation noch mal häufiger darauf eingehen und auch sicherlich im Expertengespräch später. Weil das eines der praktischen Probleme ist, die wir sicherlich im Umgang mit KI in der Produktion haben. Wir kommen nun weiter an den Technikkern und sehen, dass wir uns Gedanken machen müssen um das Thema Echtzeitfähigkeit, gerade im Bereich der Produktion, wo ich sehr schnelle, sehr eng getaktete Prozesse habe. Und ich muss darüber Bescheid wissen, wie ich die IT-Infrastruktur aufbauen kann, damit überhaupt das ganze KI-Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. Und letztlich brauche ich auch noch einen sehr starken KI-Algorithmus oder eine KI, die das Ganze fachlich umsetzt, was ich denn auch geplant habe in meinem Business Case. Hier gehen wir auf der Folie davon aus, dass wir gerne ein Projekt definieren möchten. Und eigentlich haben wir das hier bei Gerris in drei Phasen eingeteilt. Die Lösungsfindung, in der wir sehr, sehr viel rum experimentiert haben, allerdings immer mit der fachlichen Brille. Das heißt also schon bei Korrelationsanalysen immer fachlich sinnvolle Dinge miteinander korreliert haben und auch mit dem Wissen, dass Korrelationsanalysen natürlich auch Scheinabhängigkeiten zeigen können. Hier hat man einfach sehr viel rum experimentiert in der Phase, in der zweiten Phase Lösungsvalidierung. Wir sind dann hingegangen und haben die unterschiedlichen Use Cases nach Wertschöpfung sortiert und haben dann feinjustiert, wie kann man diese Use Cases bewerten und wie kann man sie auch praktisch in der Produktion bewerten, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Das heißt, hier sind erste KPIs entwickelt worden, mit denen ich dann bei der Lösungserstellung natürlich auch benchmarken kann, ob die Lösung zum entsprechenden Ziel geführt hat. Letztendlich, die Lösungserstellung basiert einmal auf der Entwicklung als auch hinterher in dem Benchmarking. Hier sehen wir eine etwas generalisierte Übersicht darüber, wie wir die einzelnen Projekte skaliert haben und gestartet haben. In der Datenexplorationsphase haben wir geschaut, was liefern die Daten, mit welcher Datengüte sind sie hier und welche Daten kann ich mit welchen Use Cases überhaupt verknüpfen. Ich hatte schon eingehend gesagt, dass hier wir acht Jahre lang Daten gesammelt hatten und deswegen eine sehr gute Datenbasis hatten. Allerdings Daten manuell zu analysieren und zu schauen, ob diese verwertbar sind, war eines der größten Hürden sicherlich, Daten auch zu strukturieren. Im Prototypen-Stadium haben wir dann die ersten Modelle offline analysiert und getestet. Das heißt, von den Anlagen haben wir aggregierte Daten gezogen und diese dann in Modellen trainiert und dann erste Performance-Indikationen bekommen. In einer Pilotenphase geht man dann hin und versucht quasi eine Art Data Bypassing, dass man Daten zu der aktuellen Produktion quasi wegschreibt und dann auf einem Offline-System, auf einem Sekundärsystem ausführt, damit die Anlage nicht davon betroffen ist. Das ist quasi eine Art Simulationstool. Hinter im Scaling interagiert man mit der Maschine und muss die Modelle auch in die Maschine oder zur Maschine deployen. Dann gibt es auch die ersten Feldtests im Bereich von nicht sicherheitsrelevanten oder qualitätsrelevanten Prozessen. Wir haben auch gelernt, im Pharmaumfeld darf man keine KI in kritischen Infrastrukturen wie zum Beispiel Qualitätskontrolle einsetzen. Zur Deployment-Strategie. Wir haben einige wenige Piloten anfangs gestartet und haben sie dann quasi in einzelnen Hallen getestet, erprobt und haben dann die Anzahl der Use Cases in der Anzahl einfach skaliert. Und davon werden wir heute drei große Use Cases Ihnen im zweiten Teil präsentieren. Dann wäre jetzt der nächste logische Schritt, das auf weitere Werke auszurollen. Jetzt möchte ich Ihnen kurz einen Einblick in die Entwicklung von KI-basierten Lösungen in der pharmazeutischen Produktion geben. Hier wollen wir Ihnen ein Video zeigen, was dieses Szenario eigentlich sehr, sehr schön darstellt und KI in der Spritzenfertigung ziemlich auf den Punkt bringt. Im Nachhinein werden wir dann auf einzelne Aspekte hier näher eingehen. Viel Spaß bei dem Video. Ja, das ist KI. Ist ein interessantes Thema. KI hat kognitive Fähigkeiten. Die KI lernt, nimmt auf. Die virtuelle Welt kann in der Simulationsumgebung Parameter voraussagen, die dann wiederum an die reale Welt zurückgespielt werden. Ohne, dass man die reale Produktion in irgendeiner Weise verändert. Softwareentwickler, SPS-Programmierer, Data Scientisten, Prozessentwickler, Prozessoptimierer, Maschinenbauingenieure und Datenbangexperten. Der Wolframdorn ist ein Verschleißteil, das den Innendurchmesser des Konus formt. Bisher ist es so, dass der Wolframdorn immer zu einer bestimmten Zeit gewechselt wird. Unser KI kann bestimmen, anhand der vorgegebenen Daten den richtigen Moment zu finden, um den Wolframdorn auszutauschen. Wir haben eine höhere Maschinenverfügbarkeit, Prozessoptimierung und Produktqualität. KI ist die Schlüsseltechnologie in Richtung Industrie 4.0. Ein Fertigungsprozess in der High-Volume-Produktion unterliegt immer kleineren Schwankungen. Eine Vielzahl von Sensoren erfassen die Produkteigenschaften wie zum Beispiel Maßhaltigkeit. In der Spritzenproduktion führt der Verschleiß mechanischer Teile zu größeren Varianzen und damit zu Anomalien. Die Sensorwerte jeder einzelnen Spritze werden in einer Datenbank gespeichert, wobei der Datensatz immer weiter wächst. Die Daten werden zunächst in eine einheitliche Struktur gebracht. Die von uns entwickelte KI bildet ein neuronales Netz und kann frühzeitig Prozessabweichungen und Anomalien erkennen. Während einer vorangegangenen Trainingsphase hat die KI bestimmte Verbindungen in Form von mathematischen Gewichten und Übergangswahrscheinlichkeiten erlernt. Somit kann sie Prognosen mit Wahrscheinlichkeiten auf die Auswirkung der Produktion geben. Zum Beispiel das Verhalten der Prozess- und Qualitätsparameter oder Anomalien. Damit dieses Verhalten bewertet wird, gibt die KI die Datenlage an ein weiteres neuronales Netz. Dadurch kann sie Handlungsalternativen signalisieren. Es erfolgt Feedback in die Anlagen- und Prozesssteuerung. Und der Prozess ist wieder stabilisiert. KI in der Zukunft bedeutet für Gerritsheimer Echtzeitprozessregelung für Maschinen. Real-Time-Prozess-Control, das ist das Ziel. Ja, jetzt haben Sie hoffentlich einen ersten Eindruck davon bekommen, was KI in der Produktion für uns bedeutet. Und um das Ganze umzusetzen, bedarf es einfach vier großer Säulen, die ich Ihnen jetzt einmal näher bringen möchte. Auf der einen Seite sehen wir immer wieder das Thema Businessmodell und Use Case. Bei uns in der Produktion oder aus Produktionssicht ist es recht einfach, Reduzierung von Ausschuss, Maschinenverfügbarkeit erhöhen oder Power-Energieeffizienz erhöhen. Der zweite Teil ist, der Vorteil bei Gerritsheimer ist, dass wir intern eine interne Automaten- oder Engineering-Truppe haben mit einer sehr hohen Fertigungstiefe. Das heißt, wir können bis auf Sensorebene Daten akquirieren und auch verarbeiten und strukturieren. Das heißt, wir haben auch in die komplette Anlagentechnik und in die komplette IT-Infrastruktur unsere Wertschöpfungskette mit einintegriert, sodass wir hier lokal an der Maschine die ersten Daten verarbeiten können in Echtzeit und auch mit einer Cloud synchronisieren können. Mit unserer eigens entwickelten Plattform seit über acht Jahren war es bis vor einigen Jahren nur möglich, zurückgerichtete Blicke quasi mit den Daten zu bekommen. Das heißt, manuelle Datenauswertung, manuelle Berechnung von KPIs. Zum Beispiel mit den neuen Technologien wie KI können wir jetzt vorwärtsgerichtet in die Zukunft schauen und sagen, was passiert denn bei einer Parameteränderung? Was kann ich tun, damit ich energieeffizienter arbeiten kann? Oder was kann ich tun, damit ich Ausschuss reduzieren kann? All diese vier Blöcke brauche ich, um letztendlich zum Thema selbstregulierte Maschine oder selbstkontrollierte Maschine zu kommen. Hier mal eine Folie von Service Leveln, die einfach nur darstellen soll, was es für unterschiedliche Definitionen oder was es für unterschiedliche Services gibt. Es gibt einmal On-Premise-Lösungen, das heißt, die Berechnung läuft immer auf einem dedizierten Gerät oder auf einem dedizierten Klasse, was hier vor Ort steht, oder dass man nur die Infrastruktur als Service liefert oder eine Plattform als Lösung. Ich möchte gar nicht genauer hier darauf eingehen, nur das sind feste Begriffe in der IT-Welt und die werden uns jetzt im Laufe der nächsten Folien einfach weiter über den Weg laufen. Das heißt, ich möchte Ihnen ganz gerne zeigen, wie wir diese Interaktion mit unseren Maschinen und die Integration von der Software in die Maschine ermöglicht haben und auch hier leben. Sie sehen unten in der Folie die Tools, die von Automation Systems bereitgestellt werden. Wir sehen ganz links sehr viele Applikationsaufgaben, wie zum Beispiel einen Quality Monitor, um zum Beispiel Qualitätsreports sich von einer Anlage zu ziehen oder auch automatisch Benachrichtigungen an die Anlage zu kommen über die aktuelle Prozesssituation mit Handlungsempfehlungen. Das ist dann unter dem Bereich Software as a Service definiert und das bieten wir quasi der Produktion als Tool an. Platform as a Service nutzen wir selber, also das heißt, betreiben wir selber und nutzen wir selber für Entwicklungen, damit wir quasi eigene Entwicklungen zum Beispiel im Thema KI oder auch bei klassischen Regelansätzen nutzen können. Das heißt, wir nutzen selbst Datenbanken, wir nutzen Spark Airflow, um Daten zu transformieren oder auch Zeppelin, Spark Zeppelin zum Beispiel, um Prototypenentwicklung zu machen. Infrastructure as a Service teilen wir uns mit der IT. Hier ist die Schnittstelle so, dass die IT innerhalb der Anlage von Automation Systems realisiert wird und die übergeordneten IT durch eine globale IT. Das hat zum großen Vorteil, dass wir, wie schon vorher erwähnt, eine sehr große Integrationstiefe in die Anlage haben und sehr genau wissen, wo die Daten zu welchem Zeitpunkt liegen und auch wir uns selbst um das Thema Datenvalidierung kümmern. Hier sieht man einen generellen Überblick über die Tools, die wir liefern. Zum einen KPI-Dashboards, die die Produktion braucht, um zu sehen, wie performant die Produktion ist. Dann gibt es auf der linken Seite eine komplette Web-UI, mit der alle Tools verwaltet werden können und über die ich quasi zu jedem Tool gelangen kann. Das heißt, es ist also eine sehr integrative Lösung, die hier auch im Haus entwickelt wird und deswegen auch wieder hier der Vorteil einer tiefen Integration in der Software. Und jeder, der Quality Monitor als auch das Control Tool, also der Background Worker, haben Schnittstellen zu den einzelnen Submodulen, sodass auch hier die Module miteinander interagieren können und eine gesamtheitliche Lösung darstellen. Und genau das macht unsere IoT-Plattform so mächtig und deswegen konnten wir die letzten zweieinhalb Jahre sehr erfolgreich durchaus KI-Applikationen entwickeln, da wir auf einem sehr soliden Fundament aufsetzen konnten. Um KI-Applikationen überhaupt zu entwickeln, bedarf es einem speziellen Team. Im normalen Engineering finden Sie technische Projektleitung, SPS-Programmierer, E-Planer und auch eine mechanische Konstruktion. Hier in Bünde haben wir den Fokus allerdings historisch gesehen auf Inspektionssystemen. Das heißt, wir hatten hier eine eigene Softwareentwicklung, die sich zugegebenerweise sehr stark auf das Thema Bildverarbeitung fokussiert hat. Über die letzten Jahre haben wir es hier geschafft, das Team deutlich breiter aufzustellen. Das heißt, wir haben jetzt Datenbank-Experten, wir haben Experten und Softwareentwickler, die sich mit Datenströmen, mit ETL-Tools auskennen und auch weitere Software-Designer gefunden, die sich auf Applikationsebene sehr gut auskennen. Im Bereich mechanische Konstruktion haben wir unser Team dahin auch geschult, dass sie grundlegende Datenauswertungen selber durchführen können. Das hat den großen Vorteil, dass ein Softwareker mit einem mechanischen Konstrukteur deutlich besser kommunizieren kann, da der Mechaniker oder der Konstrukteur, Maschinenbau-Konstrukteur häufig Domänenwissen hat, die dem Softwareker fehlen. Und somit kann auch der mechanische Konstrukteur seine eigenen Auswertungen starten und die ersten Ideen den Data Scientisten mitgeben. Zusätzlich gibt es noch Verfahrensentwickler, die natürlich auch geschult sind, mit Datenreihen umzugehen. Nichtsdestotrotz brauchen Sie auch SPS-Entwickler, die letztendlich die Datensensoren anbinden, als auch diese Mitarbeiter müssen ein Grundverständnis davon haben, wie Daten strukturiert werden, damit sie in einem solchen interdisziplinären Team erfolgreich arbeiten können. Wir haben sehr festgestellt, dass ein Fokus auf dem menspezifischen Wissen einer solchen Entwicklung rasanten Schub verleiht. Dadurch und das zweite Thema ist, durch die hohe Fertigungstiefe und Integrationstiefe haben Sie den Zugriff einfach auf die Daten und können Sie die Daten gestalten und die ganze Architektur so gestalten, wie Sie wollen. Auf die Architektur komme ich jetzt später nochmal zurück. Wenn wir uns anschauen, was für Datenströme wir in einer Maschine haben, stellen wir fest, dass wir einmal Bilder haben aus den Inspektionssystemen, die natürlich sehr groß sind, weil wir hier teilweise mit 12, 13 Megapixeln Kameras arbeiten. Wir haben den PLC-Bus, also SPS-Bus, haben den Safety-Bus innerhalb der Anlage, worüber wir auch Daten generieren können, wenn zum Beispiel Schutztüren geöffnet werden. Auch diese Information ist extrem wichtig, weil da wissen wir, ob ein Maschinenbediener womöglich auch in diesen Prozess eingegriffen hat. Dann akquirieren wir noch zusätzlich Prozessdaten von anderen Sensoriken, die teilweise an die SPS angeschlossen ist, teilweise nicht, und noch asynchrone Daten, zum Beispiel, wenn Operator am HMI neue Werte eingeben oder Werte verändern. Nichtsdestotrotz gibt es dann noch Rezeptdaten, die dann prozess- oder produktabhängig natürlich auch vorliegen. Und genau diese sechs unterschiedlichen Datenströme haben unterschiedliche Eigenschaften, haben unterschiedliche Strukturen. Die meisten Daten in so einer Anlage sind schon von Haus aus zumindest mal strukturiert. Und es gibt noch eine ganze Menge an unstrukturierten Daten. Operator, Interaktionen sind zum Beispiel unstrukturierte Daten. Sie können in jedem Datenformat vorliegen und auch zu jeder Zeit vorliegen. Deswegen haben wir diese Architektur entwickelt. Die Folie sieht sehr anspruchsvoll aus, ist aber in drei große Segmente eigentlich nur einzuteilen. Unten rechts sehen wir die komplette Anlagensteuerung und die Daten werden hier von einer zentralen Applikation eingesammelt und in strukturierte Daten überführt. Das sind dann Prozessdaten. Zusätzlich gibt es asynchrone Daten, die hier auf einem zentralen Server dargestellt werden, die zum Beispiel vom Operator kommen oder von anderen Sekundärsystemen. Inspektionssysteme sind direkt an die Datenbank angebunden und können somit mit dem einzelnen Teil einer jeden Spritze verknüpft werden. Sie müssen das so vorstellen, dass wir durch diese Struktur in jedem Fertigungsprozess der einzelnen Spritze immer mehr Daten hinzufügen können, sodass wir am Ende in der Packmaschine, in der Spritzenglasfertigung von jedem einzelnen Teil die eindeutige Bezeichnung als auch den eindeutigen Fertigungsfingerabdruck haben. Wir wissen also, mit welchem Druck, mit welcher Temperatur, mit welchen Konfigurationen dieses Teil hergestellt wurde. Auf der linken Seite sehen wir unsere Anbindung an die CICD-Pipeline, um letztendlich Entwicklungen im Umfeld von KI überhaupt zu ermöglichen. Auf den linken Teil gehe ich gleich später nochmal ein. Wir haben unsere Entwicklungsumgebung so umgestellt, dass wir kontinuierlich, wenn der Entwickler eine Quellquoteänderung macht, direkt in ein Testsystem deployen können. Wir arbeiten hier sehr stark mit Virtualisierung, mit Docker-Containern, sodass wir später, werden Sie sehen, dass unser digitaler Zwingel aus mehreren Microservices besteht, dass wir hier quasi die einzelnen Services sehr gut managen können und auch sehr gut administrieren können. Das heißt, wenn ein Entwickler eine neue Funktion hinzuprogrammiert hat, kann es quasi entweder in der Testumgebung zunächst getestet werden oder auf unterschiedliche Maschinen deployed werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017